Einst und du liebst her, hab ich zugeschaut, vermut keine Spur, denn er jammert erlaut. Doch ich kann ihn verstehen, auch ich bin kein Held, wenn ich dir an der Bauch und ich habe kein Held. Genau. Charlie Brown war mein Partner, er war ein Genie, er lud mich die Zeit, doch bezahlte. Soll ich in die Lehrlingszeit, weil du hast ja da viele Mädchen um dich gehabt? Ja, das stimmt. Wir waren 30 Mädchen in der Klasse und drei Jungs. Also eins zu zehn, eins zu zehn. Und in unserem Lehrlingkollektiv waren wir nur zwei Jungs. Und da war es nur der Alleinunterhalter, der dann sozusagen bei allen möglichen Regenhüten hier noch die Karte hat, die Karte gelaufen hat. Und da war es nur der Alleinunterhalter, der dann sozusagen bei allen möglichen Regenhüten hier noch die Karte gelaufen hat. Die Karte gelaufen hat. Ihre criminalin Families mit der Karte gelaufen und glaube allmögen sind die Karte gelaufen. Das war's da, oder? Das muss ich mir auch noch überlegen, wenn ich dich erhebe, dann Dieter. Wenn du in Blatt, du, verfeil' ich vom Stuhl, lebe dir zu und versuch' deine Gehrte in mich. Wenn ein Mond zu Ende spricht, will ich mich verloben auch, wie ein Spielzeug das zerbricht. Wenn ein Mond zu Ende spricht, will ich mich verloben auch, wie ein Spielzeug das zerbricht.